Hi und willkommen zum Mac OS X Quick-Tip. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz schnell die Seriennummer eures Macs herausfindet. Natürlich steht das auf der Mac-Box unten drauf und über den System-Profiler komme ich da auch ran. Aber es gibt eine ganz tolle Möglichkeit, die von Apple auch bevorzugt wird, sage ich jetzt mal, und in Prüfungen auch abgefragt. Und zwar klickt ihr auf das Apfelsymbol über diesen Mac und dann einfach mit der Maus auf diesen Versionsschriftzug hier. Dann seht ihr einmal das Bild vom Betriebssystem und hier nun eure Seriennummer. Einfach klick, klick, klick. So funktioniert es am allerschnellsten. Ja, das war's auch schon. Ciao.